Am 25. Oktober ist Österreich weiter Equal Pay Day. Bis zu diesem Tag haben Männer so viel verdient, wie Frauen bis zum Ende des Jahres noch verdienen werden. Oder anders gesagt, Frauen arbeiten ab jetzt gratis. Denn immer noch bekommen Frauen im österreichischen Durchschnitt um 18,5% weniger Gehalt als Männer. In Graz sind es 15,5%. In der Steiermark sind es sogar 19,8% weniger. Das sind 73 unbezahlte Arbeitstage oder in Geld mehr als 10.000 Euro im Jahr. Egal ob es darum geht, die Kinder großzuziehen, die Eltern zu pflegen oder den Haushalt zu schupfen. Unbezahlte Arbeit wird zu zwei Dritteln von Frauen erledigt. Das führt dazu, dass Frauen oft Teilzeit arbeiten und später auch noch eine kleinere Pension haben als Männer. Wir wollen gerecht und gleichwertig entlohnt werden. Und eine Verkürzung der Arbeitszeit für alle. Denn das bedeutet nicht nur ein faireres Gehalt durch Vollzeitarbeit, sondern auch mehr Freizeit, mehr Zeit für Beziehungen, bessere Gesundheit und mehr Lebenszufriedenheit. Wir wollen nicht nur eine echte Chancengleichheit, sondern endlich Gerechtigkeit bei der Bezahlung. Eine Information des Referats Frauen und Gleichstellung der Stadt Graz.